Tagtäglich ploppen im ganzen Land neue Cluster auf. Am Freitag war es nach St. Wolfgang in Oberösterreich mit inzwischen 70 Corona-Fällen der Tiroler Gebirgsort Klein-Aal, wo ein Gasthaus mit acht Fällen sperren musste. Allein 175 Neuinfektionen vermeldet das Innenministerium am Freitag. Die höchste Zahl seit 11. April. Den größten Anstieg, 78, hat es in Wien gegeben. Dahinter kommen mit Abstand Ober- und auch Niederösterreich. Hotspots sind hier die Bezirke Gmunden, Linzstadt und Perk. Nur in zehn von 94 Bezirken hat es keine neuen Fälle gegeben. Was passiert da? Ist die zweite Welle im Anrollen? Gesundheitsminister Rudi Anschober verkündet zwar am Freitag keine neuen Verbote und Gebote, wird bei einer Maskenpflicht in Bädern. Er appelliert lieber an die Jungen, die den Großteil der Infizierten ausmachen. Corona-Feiern zu unterlassen. Ein Vergleich vom Ende Juli mit Ende Juni zeigt, damals springt die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals seit April über die 100er-Marke. Und die Corona-Ampel leuchtet fast überall in grün. Nur in Wien und in acht weiteren Bezirken war sie auf gelb. Seitdem versuchen die Behörden fieberhaft, Cluster zu identifizieren und Infizierte zu isolieren. Doch die Zahlen nehmen Tag für Tag zu. Jetzt hoffen alle, dass die Maskenpflicht im Handel die Kurve wenigstens etwas dämpft. Es soll keine neuen Regeln geben. Dafür aber Appelle. Anschober ist am Freitag samt Baby-Elefant vor die Kameras getreten. Er lebt. Hier ist er. Auch wenn die Verordnung derzeit außer Kraft sei, sei es wichtig, die Regeln einzuhalten. Anschober appellierte an die Jungen, dass es wieder mehr Risikobewusstsein, mehr Mitmachen gibt. Zuletzt seien ganz stark die Jungen im Fokus gestanden. So der Minister, der auf den Cluster in St. Wolfgang in Oberösterreich verwiesen hat. Apropos St. Wolfgang. Anschober appelliert an die Tourismusbetriebe, mehr zu testen. Und was ist mit den Masken in den Bädern? Würden Abstände eingehalten? Brauche es die Maske dort nicht? So der Minister, Hygiene-Experten empfehlen im Freien die Maske nicht zu extrem.